Willkommen zurück zu Let's Play to get our Sim Shitty Ja, so kann man es manchmal schon nennen In, äh, hier Shitropolis Wo ich echt also, wenn mir mal irgendjemand erklären kann, warum hier so viele Arbeiter gebraucht werden, ja Dann mach doch mal deinen, mach mal einen Busbahnhof zum Pendeln Boah, Junge, ich brauch alle Dann kriegst du vielleicht ein paar Leute von mir, weil meine und so, glaub ich, Arbeitsplätze teilweise Ist so teuer Was hier los? Oh, das hab ich tatsächlich nicht zugewiesen Mangel an Arbeitern Ach, Junge Ich weiß genau, was du meinst, ja Hier hört man nochmal die Dichte? Die Dichte, ja, indem du die Leute zufrieden machst Das hat gar nichts mit den Straßen zu tun Das hat einfach nur was damit zu tun, dass du die Leute zufrieden machst Fehlendes Wasser Ach, Junge, jetzt machen schon meine Firmen deswegen zu Ihr kriegt doch alle Wasser Aber Also es dauert noch ein bisschen, bis die Dichte ziemlich hoch geht Jo Wieviel Partierate habt ihr so? Äh, 73 73 73 Okay, Hightech sagt, die Steuern sind zu hoch Was hat denn Hightech für Steuern? 11% Ey, komm, ganz ehrlich, 11% ist, ist, in Deutschland sind es 50 oder so Na gut, das sind für, für Abnehmer, aber Äh, für, für Menschen, für normale Menschen, aber trotzdem Upgrade Also ich weiß nicht, äh, wie viel Wasser habt ihr Überschuss? Alter, immer noch dieser selbe Tipp da Ich bin immer noch wütend, weil er keine Arbeit hat Ich hab, ich hab 44,3 Überschuss Das ist lustig, weil mir wird auch angesagt, 53,1.000 Liter pro Stunde Überschuss Äh, also verfügbar Jetzt kann ich aber, wenn ich, wenn ich nichts, wenn ich was kaufen will, steht da Null Jetzt steht hier wieder, dass du voll viel verfügbar hast, dann kauf ich's Dann steht hier gleich wieder Null Siehst, da steht wieder Null Pauf jetzt endlich Wasser, Junge Wenn ich meine ganzen Firmen jetzt nicht zumachen, dann hab ich aber ein Problem Äh, Alex schickst doch einfach zu Fabi, der hat auch sowas Was denn? Hier ist so ein Abwasserendrohr und so'n Zeug Ich hab ne Kläranlage gebaut Ja, komm, ganz ehrlich Aber Ich versteh nicht, was das mit dem Wasser soll Da ist so viel bei Alex verfügbar 34 Kiloliter, 1000 Liter Und bei Fabi 15.000 Liter Ich hab ne Pumpstation Ja, und ich kann ja auch kaufen Aber danach sagt er wieder, dass da nix, nix gefördert wird 15.000? Ja, 15.000 Kl Sind 15.000 Liter Pro Stunde Was in so einer Stadt bei so vielen Einwohnern nicht so viel ist Pro Einwohner vielleicht ein Liter pro Egal Pro Stunde 40 Taus Och Gott Na Was ist denn hier los? Feuerwehr Dann kriegst du einen Straßenupgrade Wenn du Straßenupgrade willst, dann sagst du halt auch mal Bescheid Hm? Wollen wir ein bisschen mehr Löschfahrzeuge Boah, immer diese Bushaltestellen, weswegen man keine Straßen verlegen kann Ganz ehrlich Zu wenig Platz Ach, johmai Okay, was ist mir wichtiger? Eine Firma, die Wasser hat Eine, die sagt, dass es echt gut läuft Komm schon Wie viele Einwohner habt ihr schon alle? Äh, 17.400 23.000 Und trotzdem brauch ich Arbeiter Also meine Industrie freut sich ein Ast solang sie Wasser hat Was sie gerade hat Ich brauch mehr Leute Alter, ich hab kein bisschen Nachfrage an Gewerbe und Industrie Ey, ich will jetzt nicht Ich hab nicht viel Industrie Das ist doch nicht viel Industrie hier Ich hab richtig viel Industrie Also Alex, jetzt erklären wir mal bitte was, ja? Jetzt Hier steht, bei dir ist richtig viel Wasser verfügbar Bei Fabi ist richtig viel Wasser verfügbar Und jetzt sagt er mir Berater für Wasserversorgung sagt mir Wunderstadt braucht mehr Wasser Setzen sie den Bürgermeister von Wunderstadt Davon Kenntnis, dass sie Wasser übrig haben Ich habe kein Wasser übrig Du brauchst keins Was soll das? Also ganz ehrlich, ich glaube das ist gerade ein bisschen verpackt Ich geh mal kurz ins Hauptmenü und wieder zurück Alter, was soll ich denn machen? Jetzt muss ich mal alles vollbauen hier irgendwie mit Wohngebieten Ey, das kann doch nicht sein Ich muss auch Wohngebiete machen, ich muss gerade Gewerbe Wie viele arbeiten wohl in einem so einem Industriegebäude auf der zweithöchsten Stufe? Äh, 100 Ja, aber auch schon maximal, ey, also das ist ja schon Naja, je nachdem wie groß das ist, ne? Aber 100 würde ich sagen, vielleicht so 100 Leute Ja, nein Also Ist nicht nur Industrieleute, sondern auch so Buchhalte Okay, sagen wir mal 200, sind wir mal großzügig Ja, jetzt 200 Jetzt haben wir hier etwa 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14 Sagen wir 15 Sagen wir 15 Okay, jetzt ruhe ich meinen Interschenrechner auf Was ist 15 mal 200? Ähm 15 mal 200 Warte Ja doch, 3000, das hätte man im Kopf rechnen können 3000 3000 Bei Und ich habe 25.000 hier zu wohnen, ja? Okay, hier sind noch ein paar große, ja? Aber, hallo? Das kann doch nicht sein Wie viele Wärme sind Irgendwer wollte gerade upgraden und meinte, er braucht eine bessere Straße dafür Und dann gucken wer das war Ich kann schon, ich kann schon Erdbeben hervorrufen Hattet ihr schon mal dieses, wir kommen vom All? Ne, wir sind nicht allein? Ne, wie hieß denn das? Ne, ich hatte auch bis jetzt noch nie Ufos Ich habe bis jetzt nur einmal Meteoritenanschlag bekommen Und Zombies, aber das merkt man nie Hat einer von euch schon mal Zombies, ja oder? Ja, aber ich kann die irgendwie nicht rufen Also ich hatte das schon einmal angezeigt bekommen Habst du denn kläglich gesucht? Ich kann mal was spezielles machen, damit du die selber auch holen kannst Achso Igitt wie viele Keime hier rumschwirren Ach, halt die Klappe Shopping Angebot, ok, Shopping machen wir jetzt mal Da war was, Shopping, hier Straßenabgrenzt zum erhöhen der Dichte Meiiine Fresse ey Wieso will denn so ein kleines normales Bauernhaus hier Irgendwie so ein, so ein mittlere Dichte Straße hier Ganz ehrlich, freu dich mal über das, was du hast Wahrscheinlich zu wenig Platz, ne? Ist es hier so heiß oder denk ich das nur? Ah, leck mich da In seiner, in seiner kleinen Hütte hier Das ist ein Wohnwagen Ja, ja, so ein Mix aus beidem, ne? Ja, irgendwie so Aber beide, beide haben zu wenig Platz zum erhöhen, ne? Ey, dann baut die Gebäude doch aneinander einfach Das gibt's, Reihenhäuser nennt man das Äh, Toivo, kannst du zufällig mal N'n, n'n Häfchen bauen? Häfchen? Da hab ich ja kein Wasser bei mir, oder? Hab ich? Wenn das jetzt noch nicht geht Muss ich auch in der Polizei Junge, du baust jetzt dein Haus aus Du baust jetzt dein Haus aus, sonst werde ich beiis Okay Was ist mit dir? Zu wenig Platz zum erhöhen der Dichte Zu wenig Platz zum erhöhen der Dichte Du gehst jetzt weg und jetzt haben alle genug Platz, okay? Alle, alle wollen mehr Platz, nur er nicht Ey, komm verarsch mich jetzt nicht Als ob du, wo, 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 wo fehlt dir da jetzt Platz hier, ja? Wie lang dauert das bitte? Bis sie die Dichte erhöhen, verdammt Was ist denn? Nein Oh, er wollte wieder ne Feuerwehrshow machen, ja machen wir mal Unterhalten sie 5 Industriegebiete der mittleren Technologiestufe Komm, davon brauchen wir noch 2, dann kann ich mal mit meinen Prozessoren anfangen Ei Den könntest Wie, 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 wie groß will der sein Haus bitte bauen? Der hat immer noch zu wenig Platz zum erhöhen Und einfach Der will sich da so ein Palast hinstellen Ne, ja, ja, aber selbst für den Palast hätte der mehr Platz Selbst diese, diese riesen Industrie, äh, diese riesen Gewerbegebäude daneben haben, brauchen nicht so viel Platz Und der hier auch noch zu wenig Platz Na, vielleicht will er noch einen großen Pool haben oder so Und auch der hier zu wenig Platz Ich baue jetzt einen fairen Hafen nochmal gerne Ok, also ganz ehrlich Echt, baust du? Echt, baust du? Ok, dann baue ich auch einen Du kannst weg Egal, ich baue jetzt erstmal Eigentlich ja nicht viel Fairen Hafen Wenn ihr jetzt immer noch nicht baut, dann kommt der hier auch noch weg Erst am besten hinplatzen Da kann ich es hinplatzen Kreuzfahrt Anlegeplatz, angedockt Ganz ehrlich Ermöglicht es kreuzern mit Touristen der mittleren und oberen Einkommensschicht aus der Region an Bord anzulegen Hm, okay Ähm Ja, wir sind Fairen Hafen Hammergeil Fairen Hafen, was kostet der? 31,000 glaube ich 31,000 Neue Wache geschlossen Ohne Wasser Ey, ohne Witz, was ist das denn mit meinem Wasser hier die ganze Zeit? So, Fairen Hafen Ja, schön Ey, da ist so viel Verfügbar Und ich kaufe von euch angeblich wieder nichts Okay, schön Kann man hier irgendwas bauen Äh, Teufel, gehen wir mal in die Regionsansicht Ich hab so einen komischen blau-lilanden und orangenen Pfeil, der zu dir rüber geht Was heißt die beiden Pfeile? Äh, dass du mehrere Sachen an mich lieferst Und was wäre das? Musst du nachgucken Guck doch, wähl mal was Spezielles aus Ja, ich klicke ich Das ist beides Die beiden Pfeile Die beiden Pfeile sind bei öffentlichen Transportmitteln Also sind Also fahren die normalen Busse auch dahin oder was? Hä? Versteh ich nicht, warum baut man denn einen Busbahnhof? Äh, jetzt? Also Busse von dir kommen zu mir Ah, das sind die dumm Eine Schulbusverbindung steht bei mir Okay Halt mal die Maus auf, halt mal die Maus, den Mauszeiger auf den Pfeil drauf, selber Eine Schulbusverbindung steht da bei mir Und 142 Schüler schrägstrich Studenten Ja, das müssen ja nicht unbedingt Busse sein, das reicht ja, wenn das Und vor allem kommen auch Schüler und Studenten in meine Stadt Okay, Großprojekt, äh, hab ich jetzt nicht so Geld für Ähm Ja, also ich würd jetzt erstmal den, den Busbahnhof machen, eigentlich statt nem Hafen Fänd ich besser Ja, im Hafen Mach ich jetzt erstmal nen Busbahnhof Pabi, hast du schon nen Busbahnhof? Ja Gut Ja Sag Mach ich meine Straßenbahn jetzt aus Dann hab ich jetzt nämlich nur noch Busse, das muss jetzt reichen Hab ich aber auch kein Geld mehr Und das mit dem Wasser, ich versteh das nicht mit dem Wasser Was, was soll denn das mit dem Wasser? Ach, jetzt freuen sich aber alle Schön Wo baut man da generell Sachen an? Hinten Gut Oder an der Seite Na, ein Schild, ein Schild, dafür haben wir noch Geld Ja Joa, mhm Und jetzt gucken wir mal in der Regionsansicht, ob meine Busse denn schon irgendwo hinfahren Nein, noch nicht Okay Dann aber ab demnächst hoffentlich Lass wir mal die Zeit weiterlaufen Also, ohne dass irgendwie die heulen alle rum, dass sie kein Wasser hätten Aber irgendwie hab ich noch Überschuss Okay, ich weiß jetzt was ich mache, ganz ehrlich, ich schalte jetzt das hier ab Und jetzt sieht er, dass er keins mehr hat, jetzt muss er einkaufen Jetzt kauf auch ein Ja, jetzt kauf ich ein Also ich muss erst ein Minus machen, damit ich einkaufe Und jetzt kauf ich von euch ein Das ist ja auch lustig Habt ihr vorher von mir eingekauft, Wasser? Nee, oder? Nee Hätte mich auch gewundert Jetzt bin ich immer noch im Minus, ich dachte ich kauf jetzt ein Ah, guck mal hier, jetzt ist schon hier größere Häuser, endlich Und du willst, das ist so verbuggt? Das ist wirklich so verbuggt? Also anscheinend wollen meine Industriegebiete wirklich jeder für sich so 100.000 Arbeite haben oder so, hättest du das Gefühl? Ja, oder 10.000 Richtig Ja, ich mein, ne? Ich bin böse, weil wir kein Wasser hatten Wuhuhuhuhuhuh Grundbrand So, Fährenhafen, ja Ärgert mich, dass wir kein Wasser hatten Wir brauchen Wasser Es ärgert mich, dass wir noch, dass wir kein Wasser hatten Es ärgert mich immer noch, dass wir kein Wasser hatten Ach, leckt mich doch alle Ah, guck mal, da fährt meine Fähre, die fährt gerade zu Area 51 Oh, was ist das denn? Was hab ich denn gerade für einen Mauszeiger? Was ist mit meinem Mauszeiger passiert? Mein Mauszeiger besteht gerade aus 5 Pfeilen oder 6 Pfeilen nach rechts, so kleine Straßenupgrades zum Erhöhen der Dichte Ja, äh, wenn ich wüsste, was das mit meiner Maus auf sich hat Oh ja, jetzt hab ich wieder einen normalen, okay Ja, wenn ich jetzt den Straßenupgrade mache, sagt der mir eh nur, dass er wieder keinen Platz hat Hat jetzt eigentlich dieser eine komische Penner da Sein Gebäude da mal abgegradet Wo war'n das? So, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier so sein soll Das hatte ich ja noch nie, dass die hier so viel Inwiegend Abnehmer Ach komm Aber irgendwie Bock auf so eine Casino-Stadt hätte ich trotzdem mal Weil du weißt, dass die voll unrentabel sind Wenn man sie zum Laufen kriegt Außer du hast, außer du hast übelsten Tourismus Aber sonst, äh Hier lebt es sich nicht gesund Ja, das müsste man halt machen, weil man eine gut ausgebaute Region hat mit vielen Einwohnern Du würdest gerne in die Schule gehen Ja, dann mach's doch Ich hab doch... Wette, ich hab da auch noch eine Busstation Hab ich sogar vor deren Haustür? Sag mal, wo kommt denn eigentlich die... Warte mal, wo ist denn Alex eigentlich? Könnte das sein, dass Alex mir die Luftverschmutzung rüberschiebt? Das könnte sein Und mit der? Möglich Das wäre... Ah nein, ich hab ein Kohlekraftwerk Das wäre echt schiegt in Richtung... Ah, jetzt freuen wir uns alle, weil ich eine Busstation dahin gebaut habe Ich hab ja eigentlich schon 5000 gehabt oder so Das fliegt alles zu euch Scheiße Wirklich? Jaaa Alter, wird zu euch weh Wie unsinnig ist das denn, ey? Da kann ich's nicht machen Muss ich nicht verstehen, wieso... Wieso muss ich jetzt überall neue Busstationen machen, damit die Leute sich wieder freuen? Weil ich hab ja eigentlich schon voll viele Busstationen gehabt Kostet mich Busstationen dauerhaft Geld? Ne, ne? Was? Nur ein einziges Mal zum Hinsetzen Na und dann pro Stunde doch, klar Busstationen Busstationen... achso nein! Achso du, du meinst die... die Haltestände oder was? Ja Achso, nee Total... total strange hier Da ist drange Die freuen sich nicht Ich glaube ich schau mal kurz vor euch vorbei, ich warte hier eh bloß Joa Ahja, jetzt geht mein Bildungsniveau auch hoch, hä? Wieso muss ich denn jetzt so viele neue Busstationen? Schauen wir mal vorbei bei Area 51, was da so abgeht Und der Pall ist schon wieder vorbei Ja, wir laden zumindest Echt? Ja, du hast recht, eigentlich hast du recht Oh fuck Seideln, er schmeißt mich jetzt wieder raus, weil das machen... nein, tatsächlich nicht Gut, okay Dann schauen wir uns hier Teufostadt das nächste Mal nochmal an und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis morgen Ciao Wir haben viel erreicht Bis morgen und ciao Ciao Ja 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 Ja